Moin Leute! Ja, letzten Sonntag waren der Emil und der Jörg bei mir zu Gast. Und da ich ja vom Tito mal einen wunderbaren kleinen Abzieherin geschenkt bekommen habe, hat sich nun die Gelegenheit ergeben, da auch mal ein bisschen Paste aufzutragen. Die hat nämlich der Jörg mitgebracht. Vielen Dank dafür! Und ich habe dann auch ein bisschen rumexperimentiert. Und deswegen seht ihr hier mein herrlich schneeweißes Bein. Ich habe nämlich das wunderbare GANZU G704, das ich demnächst noch vorstellen möchte. Ja, hat ziemlich gründlich und ziemlich ausdauernd auf dem Riemen abgezogen. Und möchte jetzt einfach mal kurz demonstrieren, was es gebracht hat. Ich hoffe, ich schneide mich jetzt nicht. Ja, ich denke mal, das Ergebnis spricht für sich. Ich habe zwar jetzt mit ein bisschen Druck rasiert. Und die Position hier mit Kamera und kleinem Stativ doch ein bisschen unbequem ist. Aber das Ding ist wirklich hairpopping sharp. Ich habe immer so ein kleines Problem damit, Rasiermesser scharf zu sagen. Denn Rasiermesser sind nochmal eine ganz andere Kategorie. Aber ich kann jetzt einfach nur hoffen, dass der Sommer noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ansonsten muss ich nämlich mit blanken Beinen raus. Danke euch!